Jeder hat mal eine schlimme Blind-Date-Erfahrung. Oh Gott! Wir machen so scharfe Soße! Ich verzichte auf Dates. Die Zeit und das Geld sollte ich für meine Kinder verwenden. Boom! Meine Jungs brauchen Urlaub. Das T-Shirt ist an Feier! Willkommen in Südafrika! Verfluchte Schande, was macht der hier? Ist das ein kranker Traum? Habe ich eine neue Mami? Zwischen uns ist nichts. Meine Mom ist krass scharf. Wie? So was sagt man nicht. Ist es hier nicht fantastisch? Und jetzt nur mit einer Hand! Sag's ne Kumpel! Sag's ne! Na, Son! Oh mein Gott! Schmeiß die Beine! Ja! Was ist mit ihrem Gesicht? Ich hab's angemalt. Sie ist ein Kätzchen. Er ist ein guter Daddy. Er ist ein böser Daddy. Er hat mich geschminkt wie eine wandernde Leiche. Du solltest ihn einfach ansprechen. Nein, nein, das kann ich nicht. Hast du denn mal darüber nachgedacht, deine Frisur zu verändern? Ignorieren. Abgedrehtes Ignorieren. peacen examined. Supermann. Ich liebe dir so. Ich liebe Sie. Ich liebe Sie. Ich liebe Sie.